Herzlich Willkommen, National Network, mein Name. In diesem Video möchte ich heute das Unternehmen ETH Trade vorstellen. Wie wir es mittlerweile erkannt haben, sind in der letzten Zeit die Kryptowährungen extrem in die Höhe geschossen. Einer von diesen war der Ethereum. Doch lasst uns gleich mal starten und ETH Trade mal unter die Lupe nehmen. Doch bevor wir starten, erst einmal der Einkommensdisklima. Alle aufgeführten Angaben und Berechnungen sind ohne Gewähr. Das erwirtschaftete Einkommen und die Unternehmensentwicklung ist abhängig von der Wirtschaft, vom Unternehmen selbst und dem Fleiß jedes Einzelnen. Ich trage persönlich keine Verantwortung für deine Ergebnisse. Ein Totalverlust ist hier nicht auszuschließen. Was hat sich in den letzten Jahren im Kryptowährungsmarkt getan? Die Kryptowährungen wurden von Jahr zu Jahr immer beliebter. Der Bitcoin startete zum Beispiel bei wenigen Cents und jetzt kostet er mittlerweile über 1000 Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt jetzt knapp bei unglaublichen 16 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittliche Handelsumsatz liegt jetzt mittlerweile bei über 300 Millionen US-Dollar. Doch jetzt kommen wir zum spannenden Part. Zum sogenannten Bitcoin 2.0. Der Ethereum. In diesem Jahr 2017 ist der Ethereum mehr als 105 Mal gewachsen und ist bald auf der Spur von Bitcoin. Die Marktkapitalisierung liegt jetzt beinahe bei 4,5 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittliche Handelsumsatz liegt jetzt mittlerweile bei 122 Millionen US-Dollar. Doch vor circa 6 Monaten lag der Handelsumsatz bei nicht mal 50 Millionen. Also wie du hier sehen kannst, ist hier eine exponentielle Steigerung zu sehen. Allein schon seit Dezember 2016 ist der Ethereum mehr als 900% gestiegen. Du stellst dich jetzt wahrscheinlich die Frage, was ist Ethereum? Die Plattform Ether wird für die Erstellung dezentraler Internetanwendungen, also sprich Apps und als Exchanger für Kryptowährungen genutzt. Der Ethereum basiert die Bitcoin auf einer Blockchain. Laut den Gründern soll es nicht nur eine dezentrale Währung schaffen, sondern auch ein dezentrales Internet. Diese Kryptowährung ist sehr flexibel und vor allem hat sie sehr geringe Gebühren pro Transaktion. Dem Ethereum wird also ein großes Wachstum in Zukunft zugetraut. Kommen wir jetzt zum Unternehmen. Was ist ETH Trade? Es wurde im August 2015 von Eric Bondi und Michael Frendowski gegründet. Einige Monate später, im April 2016, wurde die Online-Plattform eth-trade.org ins Leben gerufen. Anschließend wurde dann im Juli 2016 die Firma in Hongkong registriert. Was bietet eigentlich ETH Trade an? Bei ETH Trade haben wir hier ein passives Einkommen zwischen 15 und 30% je nach Plan. Sie haben zusätzlich ein Empfehlungsprogramm bis zu 5 Stufen eingeführt. Zusätzlich können wir auch am Bonusprogramm teilnehmen, das bis zu 5 Stufen geht. Es gibt hierbei viele verschiedene Unterlagen, die uns ETH Trade zur Verfügung stellt, um dich persönlich im Bereich Kryptowährung weiterzubilden. Die ETH Trade Plattform Auf der Plattform haben wir jetzt insgesamt 19 Sprachen. Dies dient zur Vereinfachung der internationalen Expansion. Aktuell ist ETH Trade in mehr als 37 Ländern vertreten und es sind mehr als 162.500 Partner aktiv. Zudem haben wir viele verschiedene Werbemittel, wie zum Beispiel Banner, Präsentationen und weitere Unterlagen. Was natürlich sehr, sehr spannend ist, ist das Agenturprogramm für eigene Büros. Sobald du 30.000 US-Dollar Teamumsatz erreicht hast und einen Monat Aktivität vorzeigen kannst, bist du berechtigt, einen monatlichen Zuschuss zu bekommen. ETH Trade bezahlt dir 500 Dollar im ersten Monat und 300 Dollar für jeden weiteren Monat. ETH Trade bietet zusätzlich auch ein Handbuch an. Dort findest du Schulungen zum Thema Bitcoin, Trading, Kryptowährung und weitere technische Informationen zum Thema. Wie geht ETH Trade vor und was sind die Ergebnisse? ETH Trade spezialisiert sich auf den Handel auf Währungsbahnen, sprich Ethereum Bitcoin und Ethereum US-Dollar, sowie weiteren Altcoins. Diese Firma ist wirklich transparent, denn sie veröffentlichen jede Woche ihre Trading Reports. Dies zeigt somit, dass wir hier mit einer reellen Firma zu tun haben. Je nach deiner gekauften Anlage hast du hier einen monatlichen Profit zwischen 15 und 30%. Diese Werte können selbstverständlich variieren. Jetzt kommen wir aber zum spannenderen Teil und zwar das Geldverdienen. Wir bei ETH Trade haben insgesamt 5 Stufen, die man erreichen kann. Bei den ersten 2 obigen Stufen gibt es Provisionen bis in die 3. Ebene und zwar einmal durch die Einlage und zum anderen ein Bonus auf die Tagesrendite. Bei den weiteren 3 Stufen erhält man Provisionen und Boni bis in die 5. Ebene. Jetzt möchte ich aber näher auf die 1. Stufe eingehen. Wie du sehen kannst, gibt es hier eine Provision von 3% auf die 1. Ebene, 2% auf die 2. Ebene und 1% auf die 3. Ebene. Noch spannender wird es aber jetzt, denn wir haben die Möglichkeit auch an den Tagesgewinnen von unseren Partnern zu profitieren. Aber das werde ich dir auf der nächsten Seite jetzt näher erklären. In der ersten Stufe haben wir hier ein wöchentliches Limit von 500$ auf unsere Investition und 300$ auf unsere Auszahlungen. Sobald aber die Stufe erreicht ist, werden die Limits angehoben. Kommen wir jetzt zum Rechenbeispiel. Nehmen wir mal an, ein Partner zahlt bei uns 1000$ ein, bei angenommenen 0,6% Rendite pro Tag. Wir werden neben unseren Provisionen auch täglich prozentual an den Gewinnen beteiligt. Bei einer Einlage von über 1000$ von unserem Partner würden wir in der ersten Linie 30$ bekommen, auf die zweite Linie 20$ und auf die dritte Linie 10$ verdienen. Zusätzlich bekommen wir dann vom Tagesgewinn von unserem Partner einen prozentualen Bonus an seine Rendite. Wie du sehen kannst, ist hier in der ersten Linie über 18$. In der zweiten und dritten Linie sind es dann jeweils 6$. Kommen wir jetzt zum Rechenbeispiel mit einer 5000$ Einlage von unserem Partner. Durch seine Einlage würden wir eine Provision von über 150$ in der ersten Ebene, 100$ in der zweiten Ebene und 50$ in der dritten Ebene verdienen. Auf seinen Tagesgewinn von 30$ würden wir einen täglichen prozentualen Bonusanteil bekommen, was 90$ entspricht in der ersten Ebene. In der zweiten und dritten Ebene würden wir jeweils 30$ verdienen. Tendenz steigend, da der Zinseszinseffekt ins Spiel kommt. Meine ganz klare Anlagenempfehlung liegt bei 500$. Weil du mit dem automatischen Reinvest zügig zu vernünftigen Ergebnissen kommst. Im ersten Monat wären das schon 131,25$ Gewinn. Im zweiten Monat wären wir schon bei 296,95$. Und nach dem dritten Monat sind es schon 506$ Gewinn, sprich wir würden unser eingesetztes Kapital wieder zurückbekommen. Bei ETH Trade haben wir viele verschiedene Zahlungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Bitcoin, Ethereum und Advance Cash. Zu guter Letzt hier eine Zusammenfassung. Wir haben bei ETH Trade ein enormes Wachstumpotenzial. Der Ethereum hat aktuell mehr als 4,5 Milliarden Marktkapitalisierung. Die Investmentgewinne finden bei ETH Trade von Montag bis Freitag statt. Wir haben hier eine wöchentliche Rendite zwischen 4 und 8%. Das Interessante ist, dass die Anlage jederzeit auflösbar ist. Sprich, du kannst jederzeit deine Investitionen wieder rausbekommen. Bei ETH Trade gibt es Limits bei den Ein- und Auszahlungen. Das stärkt selbstverständlich die Sicherheit des Unternehmens. Und wir sehen, dass ETH Trade ein wirklich langfristiges, orientiertes Unternehmen ist. Die Ein- und Auszahlungen bei ETH Trade liegen bei mindestens 10$. Dem Ethereum gehört jetzt die Zukunft. Profitiere heute schon von diesem gigantischen Wachstum. Unter diesem Video findest du den Referral-Link. Da kannst du dich registrieren und sofort mit uns Vollgas geben. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Happy Earnings mit ETH Trade und bis zum nächsten Video. Bis bald. Dein Mechner Network. Tschüss.